Auf welcher Ebene solltet ihr nach Diamanten suchen? Welche Strip-Mining-Methode ist die beste? Lohnt es sich mit TNT zu farmen? Welche Enchantments sind die besten? Und lohnt sich ein Beacon, um Diamanten zu farmen? Diese Fragen werden wir jetzt alle in diesem Video klären, also wünsche ich euch schon mal viel Spaß. So, kommen wir direkt zur allerwichtigsten Frage und zwar auf welcher Ebene soll ich überhaupt nach Diamanten suchen? Das ist wahrscheinlich die Frage, die die meisten von euch sich stellen und das ist eigentlich relativ simpel, denn es gibt eine Regel seit dem Cliffs und Caves Update, je tiefer ihr geht, desto mehr Diamanten findet ihr. Wichtig, eine Sache hier wichtig zu beachten, erstmal zeige ich euch die Ebene und zwar ist es minus 57, das ist die beste Ebene, obwohl es tiefer geht und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das zeige ich euch direkt mal. Und zwar Bedrock, Bedrock kann nämlich Diamanten ersetzen beim Spawn und zwar ist hier, das ist unsere Ebene 57, wo das Bett hier steht, also sozusagen die Blöcke hier und auf der suchen wir ja nach Diamanten. Und hier auf den beiden können noch Diamanten ohne Probleme spawnen, weil ab hier, ab 59 fängt an Bedrock zu spawnen. Und wenn jetzt beispielsweise Diamanten hier spawnen würden, in dem Bereich, dann würden ja hier vielleicht auch Diamanten sein, aber dann ersetzt das Bedrock sozusagen den Diamanten, das heißt ihr findet dann Diamanten zwar auch in den niedrigeren Höhen und vielleicht so auch zu einer minimal höheren Wahrscheinlichkeit, aber das Problem ist, dass da das Bedrock Diamanten ersetzen kann, muss nicht natürlich, geht ja auch noch tiefer, aber hier wird es halt auch schon knapp, wenn wir auf der Ebene was finden. In der Regel werden wir aber auf den beiden Ebenen was finden, aber ihr seht, auch hier könnte es sein, dass hier beispielsweise noch Diamant sozusagen einfach durch Bedrock ersetzt werden würde, was sehr, sehr ärgerlich wäre. Deswegen ist wirklich die beste Höhe, Höhe 57. Dann gibt es allerdings noch eine wichtige Höhe und zwar die Lava-Höhe, das heißt, wenn ihr wirklich irgendwie so Netflixen wollt und nebenbei fahren wollt, ohne das Risiko haben, in Lava zu fallen oder von Lava getötet zu werden, dann gibt es eine andere Y-Koordinate, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Dafür gehen wir einmal in den Spectator-Mode und fliegen hier zum Beispiel hin, so. Und dann gehen wir mal hier hin und zwar ist das minus 53. Ihr seht, die Lava ist sozusagen auf minus 55 hier und auf 54, wenn ihr hier buddeln würdet, also jetzt hier sozusagen strip minen würdet, dann würdet ihr in die Lava fallen, auf der Höhe nicht. Das ist jetzt auch nicht einfach so ein Zufall hier, das ist wirklich schon sehr, sehr häufig so. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt hier zum Beispiel, hier wird es auch minus 53 die richtige Höhe sein, wie ihr sehen könnt. Oder wenn wir jetzt mal in die Richtung gucken, da wird es auch wieder minus 53 sein. Es ist natürlich nicht 100% zuverlässig, ja, hier passt es auch wieder. Und wenn wir mal die Render-Distanz hochstellen, dann wird es wahrscheinlich noch deutlich mehr sein. So, ich glaube, in die Richtung kann man es sehr schön sehen. Wir haben oben einzelne Lava-Pakete, sage ich mal, wie da oben, wo die Lava in einzelnen Blöcken ist. Aber die ganzen Lavasen sind alle auf minus 55. Das heißt, wenn ihr auf minus 53 steht, so wie ich gerade, dann solltet ihr safe sein. Ich kann euch das hier nochmal zeigen. Also, so, wir gehen jetzt mal jetzt hier drauf. Dann stehen wir auf minus 53 und das wäre die perfekte Höhe, um jetzt hier anzufangen zu strip minen. Oder generell einfach Diamanten zu suchen. Da seid ihr sicher vor Lava sehen. So, jetzt haben wir schon mal die richtige Y-Koordinate, auf der wir suchen können. Aber jetzt, was ist eigentlich die beste Mining-Strategie? Da streiten sich die Geister und ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber es gibt auf jeden Fall Varianten, wo es Sinn macht, auf die zurückzugreifen, weil sie einfach logisch gesehen besser sind. Dann war erstmal natürlich die klassische Variante, dass man sagt, okay, ich strip mine einfach so. So, und gehe einfach meinen Gang lang, bis ich Diamanten gefunden habe und mache dann einfach hier noch eine Reihe. Das machen viele und das ist gerade ein Anfängerfehler, denn, ja, die Seite guckt ihr sozusagen zweimal an. Also, diesen Block, den seht ihr von dieser Seite und auch von dieser Seite. Das heißt, es ist eigentlich unnötig, immer nur einen Block freizulassen. Deswegen ist es schon mal empfehlenswerter, zwei Blöcke freizulassen und hier den nächsten Gang zu starten. So, denn hier, diese komplette Reihe ist neu und dadurch sparen wir uns eine Seite doppelt anzusehen. Das heißt, hier ist einfach sinnvoller und wir sparen uns etwas Ressourcen. Jetzt geht es aber auch noch einen Schritt weiter und wir könnten sagen, ey, wir lassen drei Reihen frei und machen hier weiter. Da werden jetzt viele von euch wahrscheinlich sagen, ey, Remake, ja, cool, aber da bleibt ja die mittlere Reihe frei. Okay, ja, da habt ihr einerseits recht, andererseits gesehen wird in dieser mittleren Reihe selten Diamant zu finden sein. Denn, ich gehe mal hier, hier habe ich was vorbereitet. Ich sage mal, Diamanten spawnen selten so. Das wäre jetzt unsere mittlere Reihe und die beiden Reihen hätten wir auch nicht gemeint. Und dann wird es in der Regel nicht so spawnen, sondern es wird eher so beispielsweise spawnen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Gang und diesen Gang nehmen, dann werden wir in diesem Gang die Diamanten finden. Klar, es kann passieren, dass die wirklich so spawnen. Keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht wirklich hoch. Klar, sie ist gegeben und ihr werdet Diamanten verpassen mit der Strategie. Aber dadurch spart ihr euch 50 Prozent, also weil ihr halt immer einen Gang weniger minen müsst, seid ihr 50 Prozent schneller im Minen. Und so viele Diamanten werden sich in diesem mittleren Gang hier nicht verstecken. Dass es sich auf jeden Fall lohnt, wirklich auch zu sagen, ey, ich lasse immer drei Gänge frei. Klar könntet ihr jetzt sagen, okay, ich will auf eine Nummer sicher gehen und wirklich alles raus, sondern ich nehme nur zwei Gänge. Aber ich würde euch empfehlen, drei Gänge zu nehmen. Das ist meiner Erfahrung nach mit Abstand die beste Strategie, immer drei Blöcke freizulassen und dann sozusagen immer jeden dritten Gang zu nehmen. Ihr könnt es natürlich auch selber mal ausprobieren und vielleicht testeshalber immer, wenn ihr drei Reihen freigelassen habt, immer hier mal zwischen gehen und gucken, ob ihr da wirklich noch Diamanten findet. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn das der Fall ist. So, und um euch das nochmal zu zeigen, werde ich jetzt mal die beiden Gänge hier beide stripminen, bis wir Diamanten gefunden haben. Und dann können wir nochmal überprüfen, ob wir in der Mitte Diamanten gewesen wären. Also ich mache das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir den ersten Gang und Diamanten gefunden. Wir können jetzt ja auch mal ausbuddeln und über unsere Theorie überprüfen. So. Und wie wir sehen, hier in dem Dreierfall hätten wir es gefunden. Wobei die Diamanten jetzt tatsächlich auch auf Boden gespawnt sind. Also hätten wir jetzt beispielsweise den Gang genommen, dann die drei hier nicht genommen und den Gang genommen, hätten wir diese jetzt nicht gefunden. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja relativ gering, weil das ja wirklich genau in dem Gang spawnen muss. Aber wir nehmen mal die anderen beiden Gänge noch. So, und hier habe ich jetzt gerade schon ein paar Diamanten zerstört. Haben wir jetzt wieder Diamanten gefunden, das ging jetzt sogar recht flott. Also das ist wirklich hier nicht gestaged oder so, ich habe die jetzt wirklich gesucht. Wir buddeln die mal eben aus und gucken, wie die hier liegen. Oh, jetzt habe ich wieder einen kaputt gemacht. Also die sind auch wieder in zwei Reihen gespawnt. Also hier waren ja gerade auch Diamanten, die ich zerstört habe. Warte mal, ich mache irgendwie so, waren die, kann auch sein, dass ich jetzt lüge und das nicht so war. Aber da die über zwei Blöcke gehen werden, hätten wir sie jetzt hier in dem Fall, in jedem Fall gefunden. Egal, ob wir jetzt den Gang genommen hätten oder den zwei daneben, da hätten wir die in dem Gang hier gefunden. Also in dem Fall hat die sich wieder bestätigt. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal den mittleren Gang und gucken, ob wir da was verpasst haben. Wir können es natürlich auch mit den anderen Ressourcen angucken, ob wir da was verpasst haben, indem wir einfach mal nach links und rechts durchgehen, wenn wir andere Ressourcen finden. Oh, was ist das denn? Das ist G-Portal, der Sponsor des heutigen Videos. Bei G-Portal könnt ihr euren eigenen Minecraft-Server mieten, um allein oder mit Freunden zu spielen. Die Server sind super günstig und ihr könnt sogar eure bestehende Survival-Welt auf den Server tragen und dann dort weiterspielen. Einen Server zu erstellen dauert nur zwei Minuten und mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Server und unterstützt mich gleichzeitig. So, hier haben wir jetzt Diamanten gefunden, aber wir haben den Gang hier auch gerade nicht zu Ende gemacht. Das heißt, hier müsste unser anderer Gang sein und dann seht ihr, haben wir das hier wieder gefunden. Ich zeige euch auch mal eben, dass ich nicht lüge. Also ich gehe mal eben den Gang lang und da müssen wir jede Sekunde auf unseren Gang von gerade stoßen. Ich bin nämlich in der Mitte jetzt etwas weiter gegangen. Zack. Und hier hätten wir die Diamanten dann in dem Fall auch gefunden. Also hätten wir sie hier wieder auch gefunden. Hier vorne war auch noch Redstone. Ich kann mal eben prüfen, ob wir das gefunden hätten. Aber auch das hätten wir gefunden, wie ihr seht. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, dass ihr wirklich nur in dem Gang oder auf dem Boden oder auf der Decke hier Diamanten findet, die ihr sonst nicht gefunden hätte. Klar, aber es könnte sein, dass die jetzt hier im Viererpack auf dem Boden spawnen, wie wir das gerade hatten. Aber dann wäre es halt auch bei einem, wenn ihr zwei Gänge freilassen würdet, ja, würdet ihr die auch nicht finden. Also das kann, theoretisch könnt ihr die Diamanten übersehen bei ein, zwei und drei Gängen, aber es ist wirklich am effektivsten, immer drei Gänge freizulassen, weil ihr dann wirklich das größte Gebiet in der schnellsten Zeit absuchen könnt und verhältnismäßig wenig verpasst. So, dann gibt es auch noch einige, die sagen, ey, man kann doch auch mit TNT meinen. Ja, das stimmt, kann man auch machen. Wir können das auch mal gleich probieren. Es gibt da auch gewisse Grenzen, wo es keinen Sinn mehr macht. Wir gehen jetzt mal hier rein und beim TNT solltet ihr auch einiges beachten. Und wir knallen jetzt mal hier ein TNT rein und zünden das an. Und da seht ihr, habt ihr einen kleinen Raum freigemacht. Meines Wissens nach ist es am effizientesten, wenn ihr jetzt so einen kleinen Raum nehmt und dort TNT drauflegt und das dann anzündet, weil dann werden auch die äußeren Blöcke alle vernichtet. Aber der Bereich ist jetzt viel, viel größer. Also es macht Sinn, dann mehrere Bereiche einfach mehrfach zu sprengen. Kann man dann natürlich machen. Ist auch gar nicht so ineffizient, wie ihr sehen könnt. Also wir haben jetzt schon einen guten Bereich hier abgedeckt. Haben jetzt leider noch nichts gefunden. Es wird meistens nur die äußere Schicht im Deep Slate angegriffen, wodurch ihr auch gar nicht so viele Diamanten zerstört, wenn ihr wirklich welche findet. Ich glaube, jetzt würde es langsam anfangen, keinen Sinn mehr zu machen. Wir können auch mal hier stehen bleiben, weil wir im Crayton sind. Weil jetzt nicht mehr so ein großes Gebiet zerstört wird. Also jetzt wäre der Punkt, da würden wir vielleicht, oder wir würden vielleicht einen kleinen Gang immer machen und dann so damit anfangen, dass wir sagen, okay, wir, oh, hier sind sogar Diamanten. Aber wir springen jetzt trotzdem mal hoch. Wir, ähm, ja, wir platzieren einen Cobblestone hier, machen dann ein TNT dahin. Dann platzieren wir hier nochmal einen und machen wieder ein TNT dahin. Und wiederholen das Ganze dann ein paar Mal. Oh, ich merke gerade, wir können das jetzt gar nicht sprengen. Deswegen mache ich das jetzt trotzdem hintereinander. Da bräuchten wir auch einen Doppelstattel. Ah, ne, das hat jetzt sogar funktioniert, weil die sich verbunden haben. Und jetzt könnten wir da hingehen und sagen, ey, das lohnt sich immer noch, das hier zu machen. Oder warte, so, damit auch oben getroffen wird. So, ich mache das selten, deswegen bin ich jetzt nicht so schnell da drin. So, wir können jetzt hier auch, glaube ich, dann verbinden sich, glaube ich, auch wieder so. Und wenn wir dann hier jetzt den dritten machen, dann sollte es passen. Dann verbinden sich, glaube ich, wieder. Ich habe jetzt nicht abgezählt. So, ihr seht, hier wurde jetzt ein Diamant kaputt gemacht. Vorher auch einer, deswegen haben wir jetzt auch keine bekommen. Fortune könnt ihr dann leider auch nicht bei der Pickaxe benutzen. Aber ihr seht, kann man machen. Ist auch gar nicht so ineffizient, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Creeper-Farm habt und eine Papier-Farm. Ich kann euch beide auch gerne in der Videobeschreibung verlinken, wie ihr die bauen könnt. Und dann könnt ihr die Strategie benutzen, wenn ihr wirklich noch keine gute Pickaxe habt. Und wenn ihr eine Pickaxe habt, dann könnt ihr natürlich jetzt auch die besten Enchantments nehmen. Und die zeige ich euch auch nochmal eben. Übrigens hat bisher nur ein sehr kleiner Teil von euch auch abonniert, was echt schade ist. Wenn euch also mein Video gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like freuen. Abonnieren ist kostenlos und wenn euch meine Inhalte nicht mehr gefallen, könnt ihr jederzeit wieder deabonnieren. So, und dann hätten wir hier einmal unsere Netherite Pickaxe natürlich im besten Fall. Und dann hätten wir einmal Efficiency 5, logischerweise. Dann hätten wir Unbreaking 3, damit ihr auch lange hält. Und ganz wichtig natürlich Mending, damit wir die auch für immer benutzen können und die uns nicht kaputt geht oder wir die nach Farm reparieren können. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr, ey, ich will erstmal alle Sachen sammeln und die hinterher, ich sag mal, zu Materialien verarbeiten. Dann könnt ihr Silk Touch nehmen, dann könnt ihr die Diamanten einfach als Block abbauen und die, wenn ihr oben seid, einfach in einem Schlag, ja, abbauen. Kommt auch auf die Blöcke an, die ihr vielleicht bei meinen haben wollt. Oder Fortune 3, das ist dafür da, dass wenn ihr Diamanten einsammelt, nicht nur einen Diamanten bekommt, sondern ich, boah, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich glaube bis zu vier, fünf Diamanten, damit ihr Diamanten bekommt, könnt ihr bekommen. Korrigiert mich, wenn ich da gerade falsch liege. Ich habe das jetzt gerade länger nicht mehr recherchiert und achte da auch nie so explizit drauf. Ich mache das immer so, ich meine wirklich mit Silk Touch, damit ich die Blöcke da auch rausbekomme, weil dann bekommt ihr auch wirklich die Silk Touch Blöcke raus. Und warte, ich kann euch auch mal hier die echte Geschwindigkeit zeigen. So, und dann bekommt ihr hier diese Blöcke raus. Wenn ihr das jetzt ohne Silk Touch machen würdet, kann ich euch auch nochmal zeigen. So, dann würdet ihr jetzt sozusagen Cobbled Deep Slate bekommen und die beiden Blöcke unterscheiden sich halt etwas. Bei Cobbled Stone und Stone ist das nochmal etwas deutlicher zu sehen. So, dann haben wir jetzt nochmal hier gegenüberliegend Cobbled Stone und Stone. Also, das wäre bei Silk Touch würdet ihr bekommen und das bei, ja, Fortune. Und, also, ja, fürs Meinen ist es natürlich angenehmer, wenn ihr alles sofort abbauen wollt, dass ihr Fortune nehmt. Ansonsten bekommt ihr diese Blöcke raus und die müsst ihr dann nochmal mit Fortune abbauen hinterher, damit ihr wirklich das Maximum rausbekommt. Aber, eine wichtige Sache haben wir jetzt vergessen und zwar ein Beacon. Hier haben wir nochmal zum Vergleich die Geschwindigkeit mit der normalen verzauberten Spitzsacke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, also ein relativ gleichmäßiger Rhythmus. Und jetzt machen wir mal ein Beacon an. Sondern da würden wir einmal Haze 2 nehmen. Einmal Speed natürlich für Laufspeed. Und dann könntet ihr jetzt natürlich auch noch die andere nehmen, Resistance, damit ihr nicht so schnell sterbt. Jump Boost oder Strength, ich nehme gerne Jump Boost dann noch zu meinen. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch mehr anmachen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann gerade waren wir bei 1, 2, 3, 4, dann sind wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also fast doppelt so schnell, also ein Beacon lohnt sich in jedem Fall. Die Range ist auch sehr, sehr hoch. Also wenn ihr jetzt wirklich in mehrere Richtungen dann Strip minnt, dann könnt ihr große Areale abfahren. Deswegen lohnt sich ein Beacon dann, wenn ihr wirklich durchziehen wollt, sehr einmal eben ein Beacon aus Eisen oder sowas hinzuklatschen, wenn ihr schon welche habt. Das war es aber auch wieder mit dem Video. Ich hoffe es hat euch geholfen. Wenn ihr noch andere Tipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Diamantensuchen. Ciao!